Hier wird nie erreicht, hier ist aus Hannover, in Hannover, Holly! Sehr schönen guten Abend! Dankeschön! Ich kann mich ja anders, als wenn, wie bei THT, gut Deutsch, wir sehen uns gleich im Steintor. So, meine Damen und Herren, ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen für mich. Heute wirklich ein besonderer Tag hier im Sinnenberg, Hannover. Ich habe ehrlich gesagt, heute noch einen Hund hat es auch gemacht. Ich bin selber, glaube ich, irgendwie 66 Mal hier gewesen. Ich habe die Verdus-Trauen hier glücklich gemacht. Sie sitzen, sie sitzen drauf, sitzen, wo ich da oben stehen bin. Und ich habe gesehen, das habe ich euch nicht erinnert, das ist live bei der Freierplatz war ich teilweise, ne? Ja. Ja, das habe ich früher auch immer geliebt, wenn man hier reingekommen ist. Nee, nee, die sind alle distanziert. Zumochen. Da hat man in 13 Jahren Sinnenbergs nichts gelernt. Mittlerweile hat man auch die Aktie in die Wand gefahren und verhandelt waren. Aber, ja, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Ja, danke. Aber es gibt ja die Logen mit 2 Euro mehr, wo man dann, wenn sie eh nicht auch verkauft waren, Bescheid was gesagt hat und sich trotzdem in mir gesetzt hat, ne? Ja. Alles klar, beim Einen. Ja, jetzt sind wir hier im Kino 2. Ich freue mich sehr, wirklich, heute hier zu sein. Es war ein Rutsch von mir am Anfang der Woche in Hannover, hier im Sinnenberg zu sein. Und, ähm, es ist jetzt soweit, äh, den Vollidioten, wir haben ihn, äh, vor zweieinhalb Jahren habe ich das Buch gelesen. Heute stehe ich hier in Hannover und Lars im Kino präsentieren muss, der ich, äh, glaube, die Zeit meiner Jungen verbracht habe. Äh, ein bisschen was zur Geschichte. Ich kämpfe, ähm, mit 300 Spartanern gegen 250.000 Färber. Ähm, ich hab mir ein bisschen was anprämmert, das werden Sie gleich sehen. Und danach kommt der Film. Ja. Ich möchte alle bitten, gerne, äh, wenn ihr wollt, noch, äh, danach sitzen zu bleiben. Ähm, wir, äh, werden dann noch die Lustfide-Frage-Antwort-Runde hier haben. Dann gibt es nochmal die Chance, auch gleich den anderen, die Lustfaktik-Teil abzuräumen. Deswegen, wer möchte irgendwie, bleibt gerne öffnen, die anderen, das wisst euch doch, ja? Ja, kein Problem. Als wenn der Kino schon auf hätte. So. Kein Problem. Guck mal, ich bin da, ich stelle acht Sätze für mich frei. So. In dem Sinne würde ich sagen, ich will aber nicht mehr gut. Ich freue mich wirklich, von hier zu sein. Schön, dass ihr da seid, in diesem besonderen Faktik-Teil. Viel Spaß beim Volibion. Oh, ihr seid jetzt auch. Oh, ihr seid jetzt auch.